Ich müsste eigentlich gleich noch mal nach meiner Filme gucken gehen Oh so, gestoppt die Löcher Oh leid Kann man auch nicht gut haben Plop 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 Ja Mal Provisionisch getromacht Dann... Hand entriegeln Ey, warum mach ich das zu, wenn ich eigentlich durch muss? Dafür brauche ich diese Gates und die Laser Ja Mit dem Sampli-Table Dass er schneller rauspumpt oder wie? Jaja Nein, dass er ähm Dass ich das sagen kann Okay, wenn der Ofen voll ist, dann pumpt nicht Oh, hast du Abgang gemacht? Ja Das ist ja wie wir es am Pumpen Autsch Was glättgeschossen, hä? Von da unten und guckt mir doch nur das Drecksvieh, ey So hier noch ne Ebene runter Komm jetzt mal hinterher, passt Komm jetzt mal hinterher, passt Wird uns hier der nächste Durchgang Das wird schon passen Das wird schon passen Ich muss schon wieder rausgucken Oh, dunkel Bäh Gott Das ist ja alles gut Naja Ich bin ja penning gegangen Ne Das ist Wenn ich scheiße schreie, ne Ist links neben mir ein Creeper explodiert Du kleiner, dreckiger Skelettficker Aber du brennst dich, weil du ne Rüstung an hast du Sack Komm ruhig näher Autsch Autsch Ich glaube die meine Rüstung machen Auf Ofen brauche ich nicht Gut, die Steine muss ich gleich noch produzieren Sack 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 magst du mal kurz ganz unterkommen pww naja creeper kann nicht hä? creeper kann ich da runterschwingen? aua nein ist zu hoch naja ganz runter? ja mal ganz runter aus dem loch kannst du schon rauskommen aber problem ist das geht ja noch weiter runter aber hier siehst du äh hier ist noch ein durchgang das ist kacke ein bisschen ja noch ein durchgang ne? ja musst du ja auch nicht ich würd das gar nicht ich würd auch ehrlich sagen das ist eigentlich schon fast so tief weißt du warum obwohl hier würde ich es lassen hier würde ich es lassen das ende hi creeper weil hier unten hast du dieses neblige hier auf der ebene ne? wenn du da drüber bist dann ist das schon okay hier muss denn niemand lass den gang lass den als wartungsgang oder so naja dass man so ein kabelage oder so verstauen kann ja dass man da alles und dann nochmal zusammenführen kann richtig ich hab's geleid ich hab's geleid da ist das nochmal ne ebene reinziehen ja würd ich sagen ja will ich nicht haben ich würd auch sagen dass man halt unten anfängt ja fang unten an wenn oben nachher Platz ist lass du musst ja auch immer zwischen eigentlich musst du zwischen den etagen mindestens ein Feld freilassen also decke von dem anderen platz frei und der boden von dem nächsten damit du zur not was verstecken kannst das ist ne höhe von 10 ja ok pro etage pro etage 10 ist aber schon viel ne ja du brauchst ja eigentlich nur ähm vier mal also du brauchst ja nur vier dwars machen das ist ja schon für zum anklicken ist das ja schon teilweise zu hoch vier ist ja ok kommst ja dran locker dann hast du die fünfte decke fünfte und sechste boden zwei frei dann hättest du neune beziehungsweise achte musst du eigentlich nur haben ja aber dann hat man eine 3er decke für die die plage noch verglichen ja ok dann haben wir ein bisschen mehr Platz gleich wieder da hm das muss also bestimmt sein namennamen der kleine fresssack so wir sollten jetzt aber mal eben das hinten verkleinern dann kommt das auch schon mal weg ne knißkoppel ist dann reicht brauche nix besonders hier sein chiselrino da detailliert ist und dann werden wir uns mal schauen dass wir den squeezer anfangen die blöcke zu bauen nur wohin mit dem kack oben da da oder im keller abwarten abwarten kann ich jetzt gehen bäh selbstfalls sack hä hast du ne blackpizza jetzt oder was hä was willst du was ich will das ist ja was denn was denn hm also was hat denn dann gepiept gar nix hast du hallos oder so ja hier hat der wecker geklingelt ne muss auch immer hallos ey musst du schon zu fast zu azen hast aber auch alles ey ja machst du hier was zu essen oder hast du was gemacht hab ich nicht nicht schmeckt's was ja weiß ich nicht du lachst ja schon jetzt doch gar nix nein knusper knusper nein denn das du kannst nicht lügen du lachst dann immer irgendwann hä stimmt doch gar nicht nein nein was gibts denn gar nix wie gar nichts hab mir nix gemacht ach klar morgen ist ostern ich weiß du wieso behinderte ey hm bin nur förmlich anders ne oh doch und nicht über behinderte jetzt sind ja schon wieder über behinderte lustig machen das macht man nicht 1 centos schick dich gleich hab ich dir gesagt das sollst du nicht machen hm sollst du nicht über behinderte lustig machen machst du doch ich lach mich ja auch nicht aus ich will dich kaputt machung musik die frage ist halt aus was mach ich denn die ebene soll ich dir einen tipp geben hm zumindestens aus blöcken wirklich pfff war jetzt nicht in ordnung ne warum nicht ich muss ja ganz behaupten er war ja zumindestens etwas gut ne oder fand's denn auch ganz gut aha hm fand's denn auch gut so sicher na ich finde es fast alles immer der den lebel auch ausschalte wenn auch die bein laufe die fenster fahrt habe ich aber nicht gewonnen oder ne noch nicht ganz glaub ich meine ursache noch nein ok was brennt er denn jetzt noch hier wie lange noch ja da wollten wir auch noch 40 minuten mal eine aufnahme beendet weil die doch abgekackt ist ja kann ja möglich sein es wird schon wieder dunkel ich brauche achte ich kriege vier raus das heißt ich brauche auch acht davon jetzt muss ich gleich mal pflanzen suchen die grüne zeug geben werde ich mich schon mal da ein bisschen vorbereiten ich weiß aber nicht wo ich die maschine hinballern soll das ist das problem ein bisschen generator hinstellen soll jetzt ein klatschen vor allem das sind über die monaten großen und die schleim blöcks gute erfahrung ich hoffe alles ist okay ich hoffe auch alles okay bei dir ist ja ist es okay bei mir ist auch immer alles okay weißt du ne nicht immer nicht immer ne 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 jetzt brauche ich auch zwei stück ich hatte nur noch so wenig kupfer ich bin echt ein bisschen traurig dass ich so wenig kupfer hatte vielleicht traurig vielleicht sogar hatte bräuch auch kinders ich bruch dafür auch kupfer ach du scheiße